Hallo und willkommen zurück zu Dexter. Ich habe den einen Org noch geholt, dafür muss ich noch mal einiges wiederholen. Ich hatte glücklicherweise noch den zweiten Spielstand gehabt und der war etwas weiter gewesen. Ja, wir hatten ja schon mitbekommen gehabt, es geht Richtung Knast und wir müssen unseren alten Kumpel Jack rausholen. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht so viele technische Probleme haben, weil ich hatte nämlich eine Folge nochmal neu geschnippelt gehabt, die Folge 50, falls ihr da mitbekommen hatte. Und es hat sich herausgestellt, dass anscheinend leider mein Headset irgendwie einen kleinen Kabelbruch hat und dementsprechend hoffe ich mal, dass ich mich nicht so oft falsch bewege, dass es dann knarzt. Wir haben ein Problem, wir haben nämlich kein Gas. Und hier sind noch jede Menge Orbs. Ich hoffe mal, dass ich hier an der Stelle Gas irgendwo finde. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall gut umsehen. Wir wissen nämlich nicht, wo was drin versteckt ist. Ah, gut. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre jetzt was gastechnisch. Oh, wir haben etwas Gas bekommen für den Kill, aber das ist nicht viel. Das könnte wirklich... Ach, nöö. Wieso ist er nicht gesprungen? Ich hasse das. Ach, das ist eigentlich jetzt nicht mehr zu schaffen mit dem Gas. Es wäre machbar gewesen, aber nein. Der macht natürlich seitdem ich doppelsprung nicht. Jetzt müssen wir gucken und hoffen, dass wir hier hinten nochmal irgendwo etwas Gas kriegen, weil hier ist nämlich noch jede Menge von den Orbs. Moment mal, ich habe eine Idee. Hier haben wir noch den Spielstand. Wir müssen nur hoffen, dass unsere Käfer hier nochmal etwas Gas geben. Uh, nice. Lucky. Jetzt muss man aber echt aufpassen, dass wir kein Gas verschwenden. Denn das ist hier etwas knapp vermessen in dem Gebiet. So, so weit, so gut. Können wir überspringen? Die können wir schon. Auf den Schränken ist nix. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen schnell gedreht habe. Na. Komm her, du Kackalacke. So. Sechs Stück fehlen noch. Wir sehen uns mal ein bisschen um. Wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwo was gut versteckt ist hinter irgendeiner Kiste. Ich glaube, hier ist tatsächlich mal nix versteckt. Ich hoffe nur, dass ich nirgendwo in der Welt selber was verpasst habe. Ähm. Mir egal, was sie sagen. Wir tun unser Bestes. Ihr Bestes reicht ihm nicht. Da. Selbst in ihrem eigenen Laden gibt es Watzen. Ah, ah. Ah. Nein. Dick. So geht das. Und sie sind der Nächste. Jetzt steh. Oswald! Alles, wofür ich gearbeitet habe, weg Keine Angst, dafür kriege ich diese fiese Metallwanze Aber ich muss meinen Freund Jack retten Ich brauche einen Plan Ist das wirklich sicher? Vertrau mir, sie ist voll krass aus, Mann Total extrem Dann lass mich runter Dieser Otzel hat eine Mission Alter, schick mir eine Postkarte von unten Mir geht's gut Mir geht's gut Ja, leider sind wir jetzt im Gefängnis gelandet, was blöd ist Ähm, ich hab mir eine Idee ausgedacht Und zwar Werde ich da mal schauen, dass ich die Sachen noch nachholen kann Ähm, da werde ich dann ein ganzes Stück irgendwie zurück müssen Ähm, ich hab ne Idee Ähm, ich hab ne Idee, ähm, und zwar mach ich hier an der Stelle erstmal einen Cut Und Werde dann gucken, wo die restlichen Orbs sind und euch reinholen Ich hab nämlich glücklicherweise noch einen Spielstand ganz am Anfang Und den werde ich dann auch nutzen Dann würde ich sagen, wir Ich hol euch dann wieder rein, äh, wenn ich die Orbs gefunden habe Fehlt mir ja noch so ein paar Um genau zu sein Wie viele Möchte mal kurz gucken Uns fehlt noch 6 Gegner und 6 Orbs Also es muss auf jeden Fall irgendwo noch eine Stelle sein Wo nochmal ein Schwung Gegner und Orbs war Danach werde ich dann suchen und euch dann reinholen, wenn ich den Ort gefunden habe Und danach mach ich dann wieder einen Cut und hol euch dann wieder hier an dem Platz rein Also, bis gleich Ja, äh, glücklicherweise hatte ich ja noch den einen Spielstand ganz am Anfang von dem Palast Denn, ähm, ja, ich hatte mir mal die Aufnahme angeguckt Und es ist richtig dämlich gewesen Wo die Gegner sind Ah, das sieht nicht gut aus Dexter, sieh zu, dass du deinen präzigen Hintern hier rausschwingst Ja Ich war nicht in diesen Gang reingegangen Und Hier sind die 6 Orbs Das heißt, ich muss halt komplette Level nochmal spielen Das mach ich aber auf-screen Aber ich zeig euch zumindest mal Wo wir was verpasst haben Ja, da waren die 6 Orbs Genau die 6 Orbs, die fehlen Ja Ja, ich würde sagen, ähm Dann machen wir mal wieder einen Cut Ich spiele nochmal bis zu der Stelle hin Und hol euch dann wieder rein Bis dann So, da geht es auch schon weiter Es war tatsächlich, wie ihr seht Der ein einziger Raum, den ich so richtig dumm übersehen habe Ja Der Palast des Barons Und Es geht weiter Oh Wir sind ja jetzt im Gefängnistruck Ja, da ist nichts da Ja, da ist nichts da Take that Okay 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 Ich stecke mal Tatsächlich Wir werden Wieder ein Level haben, wo wir fahren müssen Äh Ein Speed-Arbike-Rennen Äh Ein Speed-Arbike-Rennen Denn Wie erwähnt Wir können nichts wieder zurück Wenn wir irgendwas übersehen Müssen wir alles niederholen Ein Speed-Arbike-Rennen Ein Цеقis Ein Bezug Wann wir das Ein debris-Arbike-Rennen Das hier Ausbau Wollte ich jetzt nochmal an dem Vorbeischleichen An der Möglichkeit Er Ein Zwei Die Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Sieht nicht so aus. Wir dürfen nämlich echt nichts übersehen. Okay. Perfekt. Hier wollten wir sowieso hin. Ich versuche mich möglichst wenig zu bewegen. Wie in einem der Part schon erwähnt habe ich einen kleinen Kabelbruch. Wir werden das ja dann wahrscheinlich relativ häufig sterben. Dadurch, dass ich jedes Mal beziehungsweise natürlich die Orbs sammeln. Also hey, wie viele brauchen wir? 75. Und wir brauchen jetzt noch 68. Ja, das ist dann wohl der letzte Level. Denn... Wir haben fast alle Orbs. Gucken wir mal, was wir an Extras freigestaltet haben. Anymetric-Into spielen Arbeit. Das werden wir uns am Ende der Aufnahme vielleicht mal ansehen. Oder im nächsten Part. Am Anfang des Parts. Ich stecke nämlich mal... Ich stecke nämlich mal... So mindestens zwei oder vielleicht sogar noch drei Parts werden es werden. Ich sehe nachdem, wie schnell ich die ganze Auto sowas finde. Mist. Meine Fahrkünste sind echt die Bombe. Das war ein Orb. Den hätte ich verpasst. Sie können sofort tatsächlich nicht überspringen. Die Steuerung von dem Ding ist ziemlich hakelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schon hat man Wahnsinn, was der gute Dexter allein erlebt hat, während man... ...werden Dex und Knast gehangen hat. Dex, da habe ich schon Dex und Knast gehangen hat. Ich habe auch gut, dass man... ...dass du dann ein Spiel gemacht hat. Fahren und gleichzeitig beiquatschen, das kann ich nicht gut. Ich hoffe, dass ich diesen Abstand noch schaffe in dem Part. Ich hoffe, dass ich diesen Abstand noch schaffe in dem Part. Ich habe mich auf der Erde, weil ich hier durch die Gegend schaffe. Ei, 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 ich bin durch die Gegend. Haha. Nein. 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 Ach Mist Wir waren relativ weit gekommen Aber anscheinend ein relativ langer Fahrabschnitt Der ist echt nicht ohne Blöde ist, dass der immer so hin und her eiert Beim Steuern Also Nicht unbedingt gerade halten Ich denke wir noch zwei, drei Versuche Und dann muss man Cut machen Weil sonst wird der Fahrt zu lange Das ist ein Schuss Mit der Fahrt zu fließen Wir haben die Fahrt zu fließen Wir können die Fahrt zu fließen Wir wollen den Fahrt zu fließen Und dann können wir das Weitere Zettel Man darf nirgendwo anecken, also einmal irgendwie so ein Feld reingefahren, was einen so bremst und schon hat man eigentlich verloren. Nach dem Versuch guckte ich mal, was die Zeit sagt. Dann werden wir wahrscheinlich einen Cut machen müssen. Oh, ja, ja, ja. Guck mal, was die Zeit sagt. Zeit für einen Cut und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es wie heißt, let's play Dexter. Bis dann.